So, liebe Tremmarella-Freunde, hier auf dem TFT-Team-YouTube-Kanal. Wir sind jetzt kurz vor dem Start der Traut Serie A hier im Angelpark in Steinfeld. Ist die erste Veranstaltung hier in Steinfeld. Wir haben heute Teich 1, Teich 2, hatte ich ja gerade schon anmoderiert im ersten Video. So, und ich will euch jetzt den Catch-on live miterleben lassen. Wir haben hier vorne keinen unbekannteren Wolfgang Maas, Kadir Uluk aus dem Angelpark Tönse. Steht hier, Olli Ulbrich daneben und ich könnte noch weitererzählen. Und naja, wir lassen die Bilder jetzt sprechen. 2, 1, Catch-on, der Start. Und die Ruten fallen rein ins Wasser. Hier eine Menge Schwimmer, nehmen wir mal den hier. Und da ist der Biss, da kommt schon der erste Fisch. Hier in der Ecke auch, alles voll mit Fisch. Oh, die Fische beißen, die Fische beißen. Ein Wahnsinn. Ja, ein Wahnsinn. Der Fisch beißt. Auch hier Wolfgang Maas ganz, ganz in seinem Element. Neben Olli Ulbrich. Und Catch-on. Ja, die Fische beißen. Ja, ich würde es so mal, ich nehme euch mal hier mit auf eine Reise in die Traut Serie A. Wollen wir jetzt mal gucken, was die Jungs hier so alle machen. Kadir Uluk auch ganz konzentriert hier. Angelpark Tönse, Kadir fischt auch die neue Transformer. Kadir, und, schon ein Biss gehabt? Nee, leider noch nicht. Komm, konzentriert dich, will ich auch nicht stören. Hier Wolfgang Maas, Weitgerechtigkeit wird groß geschrieben. Wolli, hat der schön genommen, Wolfgang? Gut genommen. Gut genommen. Olli, bei dir habe ich auch gesehen, auch schon sofort ein Biss. Olli Ulbrich, einer der Legenden hier. Wollen wir mal beim Olli bleiben? Mache ich mal einen Stream hier mit? Lass ihn ein bisschen länger gehen. Jawohl, und der Kadir fängt.